Hallo, willkommen zum heutigen Tutorial zu industriellen Luftreinigern für Werkzeugmaschinen im Maschinenbau. Da geht es um Luftreiniger, die auf Werkzeugmaschinen wie beispielsweise Fräsdrähtsendern aufgebaut werden. Um Luftreiniger wie beispielsweise diesen her, ein sehr großer Luftreiniger, der im Bereich von 4.000 bis 6.000 m³ pro Stunde Abluftleistung eingesetzt wird. Typische Anwendung, großes Bohrwerk oder kleinere, kompaktere Luftreiniger wie diesen hier mit 800 m³ Abluftleistung, der auf kleineren Automaten aufgesetzt wird. Warum man diese Luftreiniger benötigt, warum es sinnvoll ist, diese einzusetzen, was zu beachten ist, was der Unterschied zu Wettbewerbsgeräten ist, um das geht es heute hier in diesem Tutorial. Also um Luftreiniger wie diese und da wollen wir heute euch mal Details, wichtige Hintergrundinfos und Unterscheidungsmerkmale an Hand geben. Gut, stellen wir zuerst mal das große Gerät vor und arbeiten uns von außen nach innen vor über die unterschiedlichen Highlights. Von außen angefangen, alles was ihr an Material seht, sind nicht rostende, hochlegierte Edelstahle. Deswegen dürfen unsere Geräte auch das Label vom Rostfreiverband tragen und ja, das ist ein erster Unterschied. Also unsere Geräte, unsere Produktion ist rostfrei Edelstahl gelabelt. Bedeutet, Edelstahl ist nicht eine Option, die wir ab und zu machen, sondern wir verarbeiten in unserer Produktion ausschließlich nicht rostende Metalle. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Produktionen, die oft Stähle verarbeiten, die rostend sind, verzinkte Stahlbleche. Wenn man das verarbeitet in seiner Produktion, gibt es einen Abriefe auf den Werkzeugen. Wenn man dann ab und zu nicht rostenden, hochlegierten Edelstahl verarbeitet, dann rostet der danach trotzdem, weil es Abriefe von den Werkzeugen in der Herstellung, in der Produktion auf die hochlegierten Stähle gibt. Deswegen dieses Label, wo ihr beispielsweise von eurem Besteck von zu Hause oder Kochtöpfen kennt, das darf man nur tragen, wenn die Produktion komplett hochlegierte, nicht rostende Edelstähle verarbeitet. Gut, also das ist ein erstes Highlight, alles was ihr bei uns seht, auch wenn es pulverbeschichtet ist. Unter der Pulverbeschichtung stecken hochlegierte, nicht rostende Edelstähle. Stahlbleche, verzinkte Bleche werden bei uns nicht verwendet und auch in der Produktion nicht verarbeitet, aus den eben genannten Gründen. Das ist ein erstes Highlight, Stahlbleche pulverbeschichtet können massiv korridieren, wenn sie mit wasserlöslichen Kühlschmierstoffen in Verbindung kommen. Ich zeige euch da mal ein Bild von unserem Händler aus Brasilien. So kann das aussehen und deswegen bei uns 100% nicht rostende, hochlegierte Stahlbleche im Einsatz, auch wenn sie Pulverbeschichtung tragen. Also das ist ein erstes Highlight von außen von unseren Geräten. Gut, dann kurz zur Vorstellung von unterschiedlichen Ansätzen und Systemen, wie man solche luftgetragenen Kühlschmierstoffe, kleine Tröpfchen, kleine Aerosole, aus dem Abluftstrom von Werkzeugmaschinen, Filtern abscheiden kann. Warum tut man das? Um den Maschinenbediener zu schützen, um die hochsensitive Computer, Elektronik um die Werkzeugmaschine und an der Werkzeugmaschine von diesen ganz feinen Kühlschmierstoffen, Aerosolen, die in der Luft sind, zu schützen. Und diese in der Luft befindlichen Aerosole des Kühl- und Schmierstoffes der Werkzeugmaschine wollen wir mit unseren Luftreinigern abscheiden, filtern, trennen von der Luft, von der Abluft. Da gibt es unterschiedliche Ansätze von Wettbewerbsgeräten, von unseren Systemen. Prinzipiell gibt es mal zwei Hauptansätze, dieses zu tun. Man kann einmal den Versuch starten, das zu filtern oder abzuscheiden. Hier kurz ein Wettbewerbsgerät, das den Ansatz nimmt, das Ganze über Filtern zu tun. Also ihr habt gesehen, das ist eine Außenzarge von der sogenannten Zentrifuge, die rotiert. Mit der Rotation wird ein Filter Schaumstoff bewegt. Die Rotation in Verbindung mit diesem Kunststoff ist da der Ansatz, solche luftgetragenen Aerosole zu trennen. Also hier reden wir von Filtern. Weitere Ansätze des Filterns sind große Filter, also solche Dinge. Große Filter, die wieder versuchen, diese luftgetragenen Kühlschmierstoffe eben über Filterung aus der Luft zu trennen. Also nichts anderes wie ein Ölfilter im Auto oder euer Kaffeefilter, den ihr von zu Hause kennt. Selbes Prinzip, Filterung. Zugegeben, wenn die Filter schön sauber, trocken, neuwertig sind, sicherlich ein effizientes System. Bei Filterung eben das Problem, es ist nichts Konstantes. Man hat am Anfang einen Saugrundfilter, man hat irgendwann über einen Delta T einen verschmutzten Filter und über dieses Delta T verändert sich die Filterleistung, verändert sich die Luftmenge, weil je mehr der Filter verschmutzt, desto mehr Luftwiderstand, desto mehr Luftwiderstand, desto geringer die Saugleistung. Also das kann durchaus so weit gehen, dass die abgesaugte Saugleistung Null ist, weil der Filter zu stark verschmutzt ist. Unser Ansatz ist eben nicht Filterung, sondern Abscheidung über unser X-Syklon-Element. Wie das im Detail funktioniert, wie die Entwicklung entstand, wie die Technologie entstand, über Jahrzehnte von Forschung und Entwicklung, gibt es ausführliche, separate Tutorials. Schaut da einfach mal bitte runter in die Kommentare, in die Links, da gibt es Links dann zu einer Playlist von mehreren Tutorials. Eines davon ist dann dieses hier, unser X-Syklon-Element, wie das funktioniert, wie das entstand und was eben der Unterschied von einer Abscheidung zu einer Filterung ist. Aber hier mal eben ein erster großer Unterschied, ein Filter von einer Zentrifuge versus ein Abscheider von einem Abscheidesystem. Auch der Abscheider wieder komplett aus nicht rostenden Metallen versus ein Kunststoff-Filterschaum. Also komplett unterschiedliche Ansätze, komplett unterschiedliche Materialien, komplett unterschiedliche Technologien und eben hier Filterung mit dem Modell DAT, mit einer Änderung in der Filterleistung und Abluftmenge und hier eine Abscheidung, die absolut konstant ist. Was wir hier am Tag 1 an Abscheideleistung haben, haben wir auch noch nach Tag 1000. Das ist mal ein erster Unterschied von Geräten, Zentrifugen oder auch großen Absaugtürmen, die über Filterung funktionieren versus ein Abscheider. Vor allem solche Systeme, ich kann das Ding kaum lupfen im Saugrundzustand, ein gebräuchlicher Filter, der vielen Absauganlagen aus Skandinavien eingesetzt wird. Also das sind Filter, die bis zu 50 Liter an Kühlschmierstoffen sammeln können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Filterung versus Abscheidung. Was bei uns abgeschieden wird, läuft sofort ab, läuft zurück in die Werkzeugmaschine. Hier an diesem Riesenfilter können bis zu 50 Liter Kühlschmierstoff gesammelt werden. Bei nicht wasserlöslichen Kühlschmierstoffen, Ölen, haben wir hier 50 Liter Öl drin oder bis zu 50 Liter Öl, was natürlich eine gewisse Brandlast ist, die es zu beachten und zu bedenken gilt. Vor allem, wenn man nicht einen solchen Filter in seiner Produktion hat. Wenn Sie 10 haben, können wir von 300, 400, 500 Liter Öl reden. Das ist als Brandlast zu bedenken, zu berechnen und zu schützen gilt. Das Design bei wasserlöslichen Kühlschmierstoffen muss man eben aufpassen, dass man, wenn man diese Filter zu lange im Einsatz hat und nicht tauscht, kann es sehr kritisch mit Verkeimung werden. Also ihr seht, Filterung zu Abscheidung ist ein erster riesiger Unterschied. Wir arbeiten ausschließlich mit Abscheidung. Jetzt im Gegensatz zu Filtersystemen, zurück zu unseren Abscheidern in unseren X-Zyklon Luftreiniger für Werkzeugmaschinen. Unsere Abscheider bestehen aus zwei Komponenten, einem sogenannten Edelstahl-Agglomerator, Stufe 1, und eben unserem X-Zyklon-Element Stufe 2. Der Agglomerator ist kein lieblos zusammengeschnipselter Gestrickfilter, sondern unser Agglomerator ist ein Edelstahl-Drahtgestrick. Dieses Edelstahl-Drahtgestrick besteht aus einer sehr hohen Packungsdichte von hochlegierten Edelstahl-Drähten, die im Drahtgestrickverfahren verflochten werden. Da haben wir Packungsdichten bis zu 150 Kilogramm Edelstahl auf einem Kubikmeter, die da reingepackt werden. Also eine sehr hohe Dichte und mit diesem System wollen wir nicht filtern, sondern wir wollen agglomerieren. Diese Agglomeratoren benetzen sich ganz intensiv mit Kühlschmierstoffen. Die saugen sich voll mit Flüssigkeit, ähnlich wie im Schwamm beim Autowaschen. Wenn denn dann super kleine Aerosole unter einem Mikrometergröße da durchströmen müssen, redet man von einer sehr hohen Kollisionswahrscheinlichkeit, die dieses kleine Aerosol hat. Wenn es auf dem Weg durch den Abscheider strömt, kollidiert es mit schon vorhandener Flüssigkeit, dann bilden sich aus zwei Tröpfchen ein größeres Tröpfchen. Und das geschieht so lange, bis dieses System komplett mit Flüssigkeit gesättigt ist und dann anfängt, auf der Rückseite abzutropfen. Also mit der Luftströmung wie der Aerosole abzugeben, die dann in der zweiten Stufe von unserem X-Zyklon-Abscheiter abgeschieden werden können, was hier passiert. Also und dies eben eine konstante Sache. Die Flüssigkeit läuft ab, wird hier in der Sammelwanne gesammelt und geht dann direkt zurück in die Werkzeugmaschine, in den Kühlschmiermitteltank. Also dieses ganze System speichert keine Flüssigkeit. Was eine ganz wichtige Sache ist bei wasserlöslichen Kühlschmierstoffen, damit es eben zu keiner Verkeimung kommt und nicht bis zu 50 Liter Flüssigkeit über Monate steht, das im Ölfall eine unheimlich hohe Brandlast sein kann und im wasserlöslichen Kühlschmierstofffall eine unheimlich hohe Belastung bezüglich Verkeimung sein kann. Also wir scheiden ab und die abgeschiedene Flüssigkeit strömt sofort zurück in den Kühlschmierstofftank der Werkzeugmaschine. Und durch dieses zweistufige System mit Edelstahl-Agglomerator und X-Zyklon-Abscheiter kommen wir auf sehr hohe Abscheideeffizienten unter einem Mikrometer Partikelgröße. Dank unserem Agglomerator-Drahtgestrick und unserem nachgeschaltenen X-Zyklon-Element. Das ist mal ganz kurz unsere Abscheideidee. Also ihr seht es natürlich, was ganz anderes wie so eine einfache Schaumstoffmatte, die eben im Grunde selbeiges leisten sollte, was oft eben nicht der Fall ist. Das ist mal ein erster großer Unterschied. Also unser Agglomerator in Verbindung mit dem X-Zyklon sehr hocheffizient unter einem Mikrometer. Ein weiteres Highlight unserer Systeme, auf das ich jetzt kurz eingehen möchte, ist, wir haben nicht die Eierlegen, die wollen mich so. Also wir haben nicht ein Gerät, eine Box, die alles können muss, sondern unsere Systeme sind modular aufgebaut. Also prinzipiell fängt es an mit unserem Agglomerator und X-Zyklon, den ich gerade vorgestellt habe. Und dann können unsere Absaugungen modular mit der Anwendung, mit dem Prozess an der Werkzeugmaschine wachsen. Anpassen, upgraden. Ihr seht es, wir haben hier zwei Slots frei, wo wir noch Module nachrichten können. Oder wir haben oben auch noch ein Schalldämpfer-Element aufgebaut. Auf dieses Schalldämpfer-Element aufgebaut können wir nachgeschaltet noch spezielle Filter nachrüsten, zum Beispiel Aktiv-Kohle-Systeme für Erodieranwendungen oder für extrem zerstäubte, feinste, reine Ölnebel können wir elektrostatische Filterkassetten nachrüsten. Aber eben, wenn es denn Sinn macht und wenn es der Prozess an der Werkzeugmaschine vorgibt, beispielsweise erodierend benötigten Aktivkohle-Schwebstofffilter, können wir modular nachrüsten. Oder Weichmacherdämpfe in der Elektromobilität, wo mit Weichmachern Spulen isoliert werden. Da kann es durchaus sein, dass man für diese Weichmacherdämpfe spezielle elektrostatische Nachfilter braucht, die man dann modular nachrüsten kann. Aber wie gesagt, wenn sie den Sinn machen, also immer einen elektrostatischen Filter reinpacken und den womöglich dann bei wasserlöslichen Schmierstoffen einsetzen, das ist absoluter Nonsens. Und deswegen eben unser modularer Ansatz, dass die Systeme abhängig vom Prozess mitwachsen können und eben adaptiert werden können, wie man es eben bei Werkzeugmaschinen auch macht. Eine Werkzeugmaschine für wasserlösliche Kühlschmierstoffe sieht anders aus in den Komponenten, wie eine für nicht wasserlösliche Kühlschmierstoffe. Wenn sie umgebaut werden müssen, kann man das tun und genauso kann man es mit unseren Absaugungen auch tun. Oder wir haben ein Modul hier vorne noch, das ist nicht nur eine Abscheiterfilterreinigung, sondern solche Sprayvorrichtungen werden durchaus auch eingesetzt, um in der Leichtmetallbearbeitung das Chip-Handling zu lösen. Bei Leichtmetallbearbeitung, beispielsweise Aluminium, Magnesium, Titanium, in der Zerspanung hat man oft Probleme, dass diese superleichten Späne mit angesaugt werden. Diese kann man mit so einer Spray-Einrichtung vollautomatisiert ausspülen, dass sie dann in den Kühlschmierstofftank zurückströmen, der Werkzeugmaschine, und dann über den Spänefilter dort gesondert wieder getrennt werden. Also auch das ist möglich, damit dann so ein System vollautomatisiert das ganze Jahr über läuft. Also bei General Motors in der Motorbearbeitung in Detroit haben wir so solche Systeme im Einsatz, wo die Anlagen also 365 Tage 724 laufen, also rund um die Uhr, Woche für Woche das ganze Jahr über. Und die haben dann so ein Spray-System, wo sogar das Späne-Management vollautomatisiert, ohne manuelle Reinigung gemanagt werden kann. Aber es ist eine modulische Option, kein Standard und je nach Prozess, wie gesagt, können wir solche Module in Einsatz bringen. Das ist eine weitere große Unterscheidung zu vielen Wettbewerbungen. Okay, weitere Module, kurz erklärt an unserer kompakten Absaugung mit 800 Kubikmeter pro Stunde, mal so aus Faustformel. Diese Absaugungen können eingesetzt werden für die Rückzeugmaschine, natürlich abhängig vom Prozess, aber von 1 bis 3 Kubikmeter Arbeitsraum. Wir arbeiten mit Luftwechselzahlen von Minimum 200 bis Maximum 500-facher Luftwechsel für den Arbeitsraum. Also Beispiel 2 Kubikmeter mit 300-fachem Luftwechsel, was so eine mittlere Belastung ist, dann bräuchten wir rund 600 Kubikmeter Abluftleistung und das wäre eben so eine Absaugung. Aber da beraten wir Sie gerne mehr im Detail, weil wir da viele Parameter brauchen. Kühlschmierdrücke sind ein ganz wichtiges Thema, die Spindelgeschwindigkeit, das Material, das verarbeitet wird. Und da haben wir so eine Datenbank, eine Abfrageliste, wenn wir diesen Input bekommen von Ihnen, können wir die Luftwechselrate bestimmen und dann eben die nötige Abluftmenge. Aber also auch das ist ein wichtiger Punkt, um das professionell anzugehen. Wie gesagt, der Berater würde Sie gerne E-Mail zum Kontakt unten in den Kommentaren. Also hier weitere Module, ein ganz wichtiges Modul, wenn wir extrem verdampfte Flüssigkeiten haben, bei großen Wärmeeinwirkungen, dann brauchen wir unsere Venturi-Düse. Ich zooms jetzt mal geschwind rein. Diese Venturi-Düse ist eine Riesenhilfe zum Ansaugen von Umgebungsluft. Dieses Ansaugen von Umgebungsluft nutzen wir nicht da dazu, zum Konzentrationen reduzieren und vermischen und geringer zu machen, sondern über diese Venturi-Düse können wir Umgebungsluft reinbringen, die oft ein sehr großes Delta T von 30, 40 Grad haben kann. Im Vergleich zu der Luft, die von der Werkzeugmaschine, die von dem Prozess kommt. Und wenn das jetzt beispielsweise eine industrielle Reinigungsanlage ist, dann haben wir hier einen Wasserdampf, der ruckzuck 80 Grad sein kann. Und wenn wir da Raumluft, selbst warme Raumluft mit 30 Grad reinsaugen, dann haben wir einen Delta T von 50 Grad. Und dieses Delta T ist uns eine Riesenhilfe in Verbindung mit unserem Edelstahl-Agglomerat, oder eine Kondensationshilfe ist, durch dieses eng gepackte Edelstahl, wie ich es vorhin erklärt habe, dass wir hier in diesem Bereich eine Kondensation einleiten. Denn wir müssen verdampfte Flüssigkeit kondensieren, nur dann gelingt es uns, diese vom Abluftstrom zu trennen. Solange dieses dampfförmig ist, als Dampfmolekül, bekommen Sie das weder gefiltert noch abgeschieden. Also, unser Venturi-Modul in Verbindung mit unserem Edelstahl-Agglomerator, eine super Kondensationseinheit. Und wenn wir eben verdampfte Flüssigkeit kondensieren, wird es wieder zum Tröpfchen. Und wenn es zum Tröpfchen geworden ist, können wir es wieder in unserem X-Zeglund-Element abscheiden. Es fließt sofort ab in unsere Sammelwanne und vom Abluftstützen geht es direkt in den Kühl- und Schmiermitteltank der Werkzeugmaschine. Also auch wieder ein Modul, das je nach Prozess Sinn machen kann oder nicht Sinn machen kann. Aber wenn es Sinn macht, empfehlen wir den Einsatz, weil dann die Abscheidung, die Luftreinigungseffizient, sehr viel hochwertiger wird. Dann noch abschließend ein weiteres großes Highlight-Modul. Bis dato war es de facto ein Modul, das es als Option, als Zubehör gab, unsere elektronische Kontrolleinheit. Basierend auf einem intelligenten Frequenzumrichter war das Ganze bis dato ja ein Modulenoption. Aber da im Werkzeugmaschinenbau Themen wie intelligente Wartungsserviceanzeigen, Industrie 4.0 mittlerweile Standard geworden sind, haben wir jetzt ab Juni alle Geräte in Serie mit diesem intelligenten Frequenzumrichter im Lieferpaket ohne Mehrpreisen. Die Entwicklung ist uns gelungen mit einem Partner, die aus diesem Bereich aus Süddeutschland kommen, auch ein familiengeführtes Unternehmen mit einer ganz tollen Vertriebsabteilung, Entwicklungsabteilung, mit denen wir das wirklich zusammen ausgetüftelt haben. Also Herr Alt, Herr Schmidt und auch Zoldan bei uns im Team, vielen herzlichen Dank, dass ihr das hier möglich gemacht habt, dass das kein teures Zubehörmodul mehr ist, sondern ab Juni 2020 ein Serienbauteil, das unsere Systeme intelligent macht und wir das unseren Kunden, ihnen, unseren Interessenten anbieten können, anhand geben können ohne Mehrpreis. Gut, was macht der Frequenzumrichter? Der hat eine spezielle, eigenentwickelte Software laufen, die über die Stromaufnahme Betriebszustände in unserem System erkennt. Das war nicht einfach, das hinzubekommen, dass wir das geregelt, gesteuert, erkannt bekommen, ohne zum Beispiel eine Druckdose oder einen Strömungswächter. Rein über die Stromaufnahme in Verbindung mit unserem intelligenten Frequenzumrichter ist uns das gelungen, was nicht einfach war, was das System a intelligent macht und b aber trotzdem wenig störungsanfällig macht. In der Vergangenheit haben wir uns mit Druckdosen beholfen, die eben dann im System eingesetzt werden, aber die eine Schwachstelle waren. Und jetzt mit dem neuen System, das jetzt im Juni in Serie geht, kommen wir ohne Druckdosen aus und können das System intelligent steuern und regeln. Ich werde jetzt zur Erläuterung des Systems der intelligenten Steuerung und Regelung nicht auf alle Details eingehen, damit das Tutorial auch nicht zu lang wird. Uns würde es freuen, wenn wir euch das mal vorführen dürfen. Auch gerne vor Ort unsere Außendienstleute haben solche Geräte in ihrem Kombi und können sie auch am Meetingstisch oder direkt in ihrer Produktion gerne mal vorführen. Auch hierzu bitte einfach die E-Mail unten in den Kommentarenkontakten und recht zeitnah können wir da was mit Ihnen ausmachen. Die Steuerung, die Regelung ist, ja, wie erläutert, über die Stromaufnahme, über eine Software, die auf dem Frequenzumrichter läuft. Wir können aber auch zusätzliche Informationen noch reinnehmen. Also wir haben Kunden im OEM-Bereich die Spindelinformationen, Spindeldrehzahlen oder Spindel an, Spindel aus noch mit reinnehmen oder Werkzeugschleifmaschinen, OEMs, haben uns ein Temperatursignal noch mit, das wir in die Software aufnehmen können. Da so Werkzeugschleifmaschinen brutalste Toleranzen haben, im Tausendstel Müh-Bereich ist eine ganz konstante Temperatur wichtig und je nachdem, wie stark wir aus der Kabine absaugen, kann die Temperatur schwanken. aber wir können die Temperatur messen, das Temperatursignal auch auf unsere Steuerung nehmen und dann dazu angepasst den Abluftvolumen Strom zusätzlich regeln, damit die Temperatur absolut total konstant bleibt. Also da gibt es vielerlei Möglichkeiten, die die Geräte jetzt können, weil sie eben in Serie mit dem Modul kommen. Was dann noch zusätzlich ist, eine große, einfache Indikation der Betriebszustände. Also was zum Teil im Wettbewerbsbereich gemacht wird, ist halt so mit einem ganz großen Fragezeichen zu belegen. Das sind Mini-Anzeigen, die dann der Maschinenbediener aus 10 Meter Entfernung erkennen sollen. Also im besten Fall braucht er dann militärisches Nachtsichtgerät mit 100-facher Vergrößerung, dass er in Ansätzen erkennen kann, was der Betriebszustand ist. Also das haben wir ganz einfach geregelt mit einer sehr großen LED-Anzeige, die über grün, gelb, rot verschiedene Betriebszustände signalisiert und gerne kann natürlich auch der FU dann über eine Schnittstelle ans Gebäudeleitsystem angeschlossen werden, dass alle Betriebszustände online permanent elektronisch gemeldet werden und dass dann die Anzeige nur noch ein schönes optisches Add-on ist für den Maschinenbediener. Aber auch das ist eben möglich und ich lasse jetzt mal kurz anlaufen, dann sehen Sie die Anzeige, also da erkennen Sie den Betriebszustand vom anderen Hallenende ohne Vergrößerungslupen vor dem Auge. Und ja, wie gesagt, die Regelung, die Steuerung würde ich Ihnen gerne mal vorführen, aber auch das hier eben ein Gerät, wenn Sie bei uns einen X-Zyklon C2 bestellen mit 800 Kubikmeter Abluftleistung, die 800 Kubikmeter Abluftleistung sind keine Luftmengen, die das Gerät nicht angeschlossen an Werkzeugmaschinen hat, sondern unsere Luftmengenangaben sind Luftmengen, Absaugleistungen angeschlossen an Werkzeugmaschinen mit feuchten Abscheitern im Betrieb befindlich. Also wenn Sie eine Absaugung ab Juni bestellen mit 800 Kubikmeter an C2, dann kommt er so mit all diesen Regelungen, Steuerungen bis eben auf dieses Venturi-Modul, das eben ein sinnvolles Modul ist bei hohen Temperaturen der abgesaugten Prozessgase. Ja, das mal ein Tutorial zu Luftreinigern für Werkzeugmaschinen, also es sind viele Punkte zu beachten, zu bedenken, die wir gerne dann eben im Gespräch, im Beratungsgespräch herausarbeiten und wie ich es mal im Tutorial kurz erwähnt habe, die eierlegende Wollmichsau gibt es auch für die Luftreiniger für Werkzeugmaschinen nicht. Wie die Werkzeugmaschine eben auf den Einsatz, auf den Prozess adaptiert werden muss mit Kühlschmierstoffen, mit Spindeln, mit Werkzeugen und so weiter. Genau so muss auch den Prozess der Luftreiniger adaptiert werden. Möglichkeiten, Module haben wir sehr viele. Wir fragen das ab, wir arbeiten das aus, wir begründen das, gerne demonstrieren wir das und ja, so würde es uns freuen, wenn jemand, wenn ihr die Kontaktdaten nutzen würdet und wenn wir dann mal auch gerne hier in unserem Demo- und Schulungsraum euch mal begrüßen dürften, um all das zu vertiefen im Puncto Luftreinigungen für Werkzeugmaschinen im Maschinenbau. Macht's gut, bleibt gesund und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal dann auch nicht nur über YouTube, sondern persönlich. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Tschüss.